Hey Leute, ich bin's MacPaperick. Um im Internet eventuell mal der ein oder anderen Sperre zu umgehen, kann man seine IP-Adresse ändern und ich möchte euch einmal zeigen, wo ihr eure IP-Adresse manuell ändern könnt, damit ihr solche Sparren umgehen könnt. So, um die IP-Adresse nun zu ändern, geht ihr auf Windows Start in die Einstellungen rein, Netzwerk und Internet, jetzt hier Adapteroption ändern, dann rechte Maustaste auf das Verfügbare hier, dann auf die Eigenschaften, dann sucht ihr diesen Punkt Internetprotokoll Version 4, Doppelklick drauf und hier sieht man jetzt IP-Adresse automatisch beziehen, das macht ihr jetzt hier entsprechend weg. Jetzt müsst ihr hier eine IP-Adresse eingeben, die zum Router passt. Ja, eine IP-Adresse kann jetzt zum Beispiel so aussehen hier, ja. Das ist jetzt eine IP-Adresse und auch als Standard-Getaway fungiert der eigene Router, naja, da gebt ihr auch die entsprechende Nummer ein und die Subnetzmaske, die ergibt sich dann aus den IP-Adressen. Ja, und so könnt ihr dann entsprechend eure IP-Adresse selbst ändern. Ich hoffe, dass euch diese Anleitung gefallen hat, natürlich könnt ihr nicht dieselben Nummern nehmen, die ich jetzt genommen habe, ja, dann funktioniert es nicht, wie gesagt, diese Nummern müssen zu eurem Router passen. Ja, wenn es euch geholfen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wer es noch nicht tut, kann mich gerne kostenfrei abonnieren, dann seht ihr auch weitere Videos. Ich sage bis dann, euer Mac Paverick.